Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunnel Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Zur Info, ich habe dieses Video vorhin schon mal kurz aufgenommen, aber da hat es so viel die ganze Zeit rumgehängt. Es wird wahrscheinlich jetzt hier auch rumhängen, aber ja, ich hoffe mal, wir kommen hier irgendwie durch. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie durch, weil ich muss natürlich jetzt hier auch irgendwie dieses Video wieder drehen. Warum haben die denn jetzt so viele Chancen, Junge? Nur weil ich das Spiel neu gestartet habe oder was? Hör auf rumzuhängen. Bitte, ich will nur einmal, dass es ein blödes Spiel jetzt hier nicht spielen, leckfrei. Kratz. Das ist das Tor für den FC Stunnel. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier alles funktioniert und nicht rumhängen. Ich hoffe es. Warum liegt der da? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay. Man, ich komme hier nicht durch jetzt. Tja. Okay, wer war, wer hat es geschossen? Ich kenne den nicht. Oder ist das, wer ist das gewesen? Ah, Beck. Okay, interessanter Name. Ok, ich komme. ja das passt und das ist 3 zu 0 wird sich hat er das herz wieder geschlossen wieder weg zwei packer jetzt schon einmal in der 19 minuten einmal in der 9 20 und die schreien gerade auch wieder der hätte ein tor schließen können aber das posten latter getroffen das wäre eigentlich das 3 1 gewesen aber der hat die latte getroffen ja kann man doch mal machen die latte treffen wir sind halt nicht schnell wie ihr sehen könnt das war zu hoch macht nichts macht nichts kann ja nicht immer irgendwas rein schießen raum weg sind die jetzt schon aus bist und das ist ins nichts geflogen so okay erste halbzeit ist auf jeden fall ganz geil gewesen wir haben auch drei toren aber wir gehen jetzt mal auf sehr offensiv und da ist das 4 0 so schnell kann es gehen aber da die haben gar nichts gemacht guck mal zack zack da ich war da komplett frei rein die hatten nicht mal irgendwas da stehen also kein mensch hat auch wieder Beck geschossen der Becker Beck der Becker okay das war tatsächlich blöd und das ist ins ausgeflogen jetzt haben auch die andere mannschaft also rb leipzig auch mal chancen mit das natürlich oder wie hat er den ball gehalten als interessant das war jetzt wirklich ein gehaltener ball gewesen von dem torwart sonst hat er ja immer die bilder rein lieben lassen hey und das ist ein elber für die ich habe nach links gelenk was macht er er geht nach rechts alles klar die immer dieses tor bringt euch so gut wie gar nichts also null hallo er hat noch berührt ecke ja junge da da gibt es keine ecke dann oder was jemand nur auf so so wie ist okay ja da habe ich den ball auch ach so schon zu ende wir haben gewonnen leute super cup finale sind wir sieger weil nein ich mach kein interview danach wir sind super cup sieger oh yes warte wir gucken uns mal kurz die neuigkeiten an perfekt da steht einfach gar nichts ich will hier keinen weg machen oder könnt ihr jetzt mal aufhören ganze transfer angebote zu machen gibt es da wieder ein angebot für habe schweiz abgerast wir können ja mal kurz gucken wir hier noch so geile scout also noch so geile menschen hätten die denn gut sind also die sind hier bei bayern lega klusen aber der hat ja auch gar kein das eine 84 83 84 ja nichts mit 90 ne oha psg 82 die sind ja alle 87 der könnte gut sein aber das auch schon 29 ja wir haben ja im prinzip ein geiles team so ist ja nicht also ich gehe jetzt mal hier auf team management wir haben ja ein geiles team wir haben ja auch hier haben wir 93 hier haben wir sogar 96 da haben wir auch jemand mit 90 also wir haben überall hier auch bei den plus dingen was eigentlich ziemlich gut ist oder also wir müssten eigentlich im prinzip nichts umstellen außer wenn jetzt hier ich sag mal irgendein mensch gehen will dann ja aber ich denke mal nicht dass sie gehen wollen oder aber team zentral ich kann ja mal kurz gucken der torwart ist schon 30 also der wird wahrscheinlich irgendwann auch wahrscheinlich aufhören ein führungsspieler aber hier ist auch niemand der hat uns tendenzial etwas besonderes zu werden alles ja ein führungsspieler ach so das ist dieser kapitän der ist aber auch schon 33 das heißt irgendwann müssen wir auch einen neuen stürmer holen aber ein paar jahre spielen die wahrscheinlich noch erst 34 sogar 32 19 ja ok leute ich würde sagen das war's mir in dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein liken abo unten kommentar schaut außerdem auf meinem whatsapp kanal vorbei der ist unten in der videoschreibung verlinkt aktiviert die glocke damit ihr keinen blühen mehr verpasst habt einen trabacht haut rein Leute euer sandow ciao da ja das ist es ist es ja k